Hey und herzlich willkommen zu Part 66 von Let's Play The Sims 4 Aurora Legacy. Wir sind hier wieder zurück mit unserer wunderbaren Familie Miles, bestehend aus unserer wunderbaren Aura, Annie und dem kleinen Olaf. Ihr wisst nicht, was es schon wieder für eine Tortur war, dieses Video nun aufzunehmen. Es ist einfach irgendwie diese Woche der Wurm drin. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal ein bisschen Gelassenheit und Liebe in den Kommentaren da lasst. Einfach so, für die Vibes. Weil erst war EA down und ich konnte dieses Video nicht aufnehmen. Und dann bin ich heute in mein Büro gegangen und hatte auf einmal keinen Strom. Überall in den anderen Räumen war Strom, nur in meinem Büro nicht. Also ich weiß nicht ganz genau, wer hier gegen die Aurora Legacy ist, weil am Montag mit dem Part hat ja auch schon was nicht gestimmt, beziehungsweise der Mittwochspart. Aber es ist ja auch egal, wir sind jetzt hier und ich freue mich riesig, dass wir jetzt endlich hier mit unserer Familie spielen können. Und würde sagen, wir starten auch gleich rein, denn wir haben viel vor. Wir haben im letzten Part den Trank fertiggestellt. Also Aura ist nun bereit, ihrer Tochter einen Trank zu verabreichen. Ihr wart auch der Meinung, dass wir die erste Fiole nehmen, denn dann können wir eben sagen, dass es deswegen schiefgelaufen ist, weil es die erste Fiole war. Und wir können ja aber auch sagen, dass sie eigentlich noch eine zweite machen wollte, aber dann hat die Zeit gedrängt oder so, keine Ahnung. Und deswegen musste sie dann die erste nehmen. Auf jeden Fall haben wir das halt erledigt. Und wir wollen dann in diesem Part in den Urlaub fahren. Deswegen ist dieser Part auch sehr, sehr spannend. Und wir sind jetzt aber erst noch mit Annie in der Schule und da gibt es auch einige Dinge noch zu erledigen. Deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt in diesem Part rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let'si, let'si, let's go! Hier vor uns sehen wir unsere wunderbare Annie und unseren Liebsten Daniel. Wir haben ihm ja noch kein Umstelling gegeben und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir das jetzt vielleicht erledigen. Denn ich wollte eigentlich gerade den Schultag einfach durchspielen. Ich habe aus Versehen, ich bin mit ihr zur Schule gegangen, aus Versehen. Ja, und dann ging, gab es kein Zurück mehr. Also das finde ich auch komisch, dass man dann nicht einfach auch zum normalen Haushalt wieder zurückgehen kann, ohne dass man sie begleiten muss. Weil hier stand dann die ganze Zeit ein Ausrufezeichen. Das war alles ein bisschen blöd. Aber eine wichtige Sache noch. Mir hat jemand von euch geschrieben, dass es diese gleiche Schule mit ein bisschen weniger Dekoration gibt und sie dadurch weniger backt. Also ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Leider geht das nicht, wenn man halt gerade aktiv in der Schule ist. Deswegen müssen wir das dann nachher machen. Aber finde ich sehr, sehr cool. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Info. So, ich würde sagen, wir starten diesen Part, indem wir in den Creative Sim Modus gehen und uns den lieben Daniel einmal anschauen. Wie gesagt, ihr werdet euch jetzt einmal erschrecken, beziehungsweise ihr werdet nichts sehen, weil er so einen Riesenhaushalt hat, dass wir eben auch... Okay, ich habe gelogen. Ich habe gelogen. Ich habe einfach gelogen. Er hat doch keinen Riesenhaushalt. Er hat aber die Drillinge, also beziehungsweise die Geschwister noch. Also die sehen einfach exakt gleich aus. Ihr seht das. Also das hier ist Daniel. Der hat direkt Blumen für Aura mitgebracht. Dann haben wir den lieben Florian. Florian, Entschuldigung, ich sage es jetzt einfach auf Deutsch, okay? Dann haben wir den lieben Florian, der komischerweise aber schwarz mit Nachnamen heißt. Auch sehr, sehr interessant. Und dann haben wir noch den Ralf Mertens, der auch einen anderen Nachnamen hat. Also keine Ahnung, was da los ist, weil die sind ja alle noch Teenager. Das heißt, die sind auf jeden Fall auch nicht verheiratet. Und man sieht auch hier, das sind Brüder. Ich weiß nicht genau, warum sie unterschiedliche Namen haben, aber das sind auf jeden Fall seine Brüder, die halt wie gesagt komplett gleich aussehen wie er. Und ihr habt geschrieben, dass es ja voll passend ist, weil bei Frozen der Hans ja auch mehrere Geschwister hat. Aber ich habe ja schon gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob die beiden, also Lucas und Daniel, im Endeffekt diejenigen sein werden, die dann für unsere Story relevant sind. Aber ich würde sagen, wir nehmen ihm jetzt erstmal seine ganzen Accessoires hier weg, denn das können wir jetzt gerade nicht so gebrauchen. Ich bin kein Riesenfan von dem Skin, den er drauf hat. Allerdings passt er halt richtig gut, also weil seine Geschwister halt genau den gleichen Skin drauf haben. Und das Ding ist halt auch, wenn ich ihm jetzt einen anderen Skin gebe, sieht er halt komplett anders aus. Also ihr seht, wenn ich ihm jetzt den gebe zum Beispiel, sieht er halt komplett anders aus, obwohl er süßer aussieht. Also ich mag den Daniel mehr als den Daniel. Was machen wir denn jetzt? Eigentlich, guck mal, eigentlich hat er viel dunklere Haut. Ach komm, wir lassen es. Ich nehme ja immer diese Skins, die halt so ein bisschen natürlicher aussehen, sag ich mal. Deswegen gehen wir heute mal mit der unnatürlicheren Version von ihm. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan hier von den Lippen und so. Aber ist egal, ist egal. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Geben ihm vielleicht noch ein paar Lashes, das finde ich immer ganz cool. Und ansonsten ein paar Augenbrauen, fände ich nicht. Oh, das macht so viel aus, ne? Es ist so heftig. Ein paar Augenbrauen fände ich nicht schlecht, wenn wir die einmal ändern würden. Ich glaube, wir nehmen diese hier. Ich habe ja am Anfang gedacht, dass Daniel so der Liebe ist. Aber irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, dass Lucas besser für Aura ist. Aber das sehen wir natürlich dann auch mit der Zeit. Dann gucken wir mal, was wir ihm jetzt noch für eine Frisur geben können. Ich möchte natürlich ungefähr bei dem bleiben, was er jetzt auch trägt. Also wäre die eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich perfekt. Müssen wir gar nicht viel machen. Ja, supi. Dann nehmen wir die Frisur. Und das Hemd, also das Oberteil kann er gerne auch behalten. Dann geben wir ihm da jetzt noch eine coole Hose zu. Vielleicht die. Und so ein paar freshe Schuhe noch. So ein paar Air Force. Sehr cool. Uh, süß. Das Outfit gefällt mir voll gut. Also außer die Hose. Sehr cool. Ich finde auch die Schuhe irgendwie besonders. Können wir sehr gerne lassen. So. Dann jetzt noch so ein Jäckchen. Ich nehme mal das. Sieht irgendwie so ein bisschen ordentlich aus. Er ist ja am Schachclub und irgendwie assoziiere ich ihn so ein bisschen mit so ordentlicher Kleidung, sage ich mal. Dass er halt, also hat er hier ja auch dieses Polo-T-Shirt an und so. Und irgendwie, finde ich, passt das sehr, sehr gut zu ihm. Deswegen geben wir ihm dann auch mal so ein bisschen, ein bisschen ordentlichere Kleidung. Kriegt er jetzt hier noch so Winterschuhchen an. Und ich würde sagen, dann ist er auch schon fast fertig. Er hatte jetzt hier noch so Sommersprossen im Gesicht. Aber die sind ja eher, sieht eher aus wie ein Sonnenbrand. Deswegen lassen wir das so. Und dann haben wir unseren lieben Daniel einmal umgestylt. Vielleicht gebe ich ihm doch ein paar andere Schuhe im Alltagsoutfit. Ich finde irgendwie, dass sowas besser zu ihm passt. Dass er halt nicht so der Mitläufer ist und das trägt, was die anderen tragen. Und halt so diese modernen Mode trägt. Sondern halt eher schon sehr erwachsene Mode trägt. Das gefällt mir sehr gut. Aber er hat leider überall diese Sommersprossen. Deswegen muss ich die mal ganz kurz klauen. Also generell, wisst ihr ja, ich liebe die Sommersprossen. Aber heute nicht. Okay, dann haben wir es doch. Süß sieht er aus. Ein richtiger Cutie. Ich weiß, er sieht jetzt nicht mehr haargenau aus wie seine Brüder. Aber das können wir ja wann anders dann auch nochmal machen. Und er sieht ja immer noch sehr, sehr ähnlich aus. Also immer noch zum Verwechseln ähnlich. Aber ich fände es irgendwie auch witzig, wenn wir mal so eine Story hätten mit so Zwilling oder Drilling, wo es halt so Verwechslungsaktionen gibt oder so. Fände ich auch richtig süß. Aber jetzt haben wir erstmal unseren Daniel und unseren wunderbaren Lucas. Und ich freue mich schon richtig, da weiter zu spielen. Wie gesagt, ich muss dann im nächsten Part mal eine andere Schule platzieren, weil das ist ein bisschen nervig. Beziehungsweise, wahrscheinlich werden wir ja gar nicht mehr so viel zum Highschool-Gameplay kommen. Denn wir sind ja in Part 66. Das bedeutet, wir haben nach diesem Part nur noch drei Parts in der Aura-Legacy. Ich kann es nicht glauben, because I don't wanna say goodbye to this wonderful woman. Warum bin ich jetzt eigentlich hier? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr tragisch. Okay, Daniel, zeig dich doch. Ich will dich doch sehen. Zeige dich mit deinem wunderschönen Gesicht. Guck mal, wie er Annie anlächelt. Also es ist schon sehr, 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 sehr süß. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Wir sollen auch freundlich zu einem Fakultätsmitglied sein. Bist du? Ja, er ist ein Fakultätsmitglied. Deswegen werden wir uns einfach einmal respektvoll vorstellen. Vielleicht gilt das ja schon als freundlich. Oh, okay. Das Spiel sagt leider nein. Ah doch, hat geklappt. Sehr gut. Dann haben wir jetzt auch schon Mittagessen. Also das läuft ja wieder wie am Schnürchen hier. Hallo? Ich soll an irgendeiner Prüfung teilnehmen, aber ich weiß nicht an welcher. Ah, hier. Annie! Bitte, du mir den Gefallen. Okay, das wird nix. Na ja, ich hab mein Bestes gegeben. Okay, ähm, Annie hatte einen harten Prüfungsakt. Sie sollte vielleicht mehr lernen. Ich hab mein Bestes gegeben. Ich schwör's. Ich schwör's wirklich. Ah. Naja, aber guck mal, wir haben jetzt schon seit zwei Tagen eine Eins. Das heißt, wir kriegen das hier, also kriegen wir alles in super Sache. I love it. So, jetzt gehen wir ganz kurz hier in den Baumodus und schauen mal, ob ihr recht habt. Copperdale High School. Aber ich weiß nicht mehr, von wem sie war. Copperdale High School. Oh mein Gott, ich hab's gefunden. Less Clutter Version. Aber es gibt davon jetzt irgendwie noch ganz viele Renos. What do I do? Reno Version 4. Incomplete Ver... A few more renovations. All right. 26.8. Also okay, das ist die richtige. Also, falls ihr euch auch fragt, von welchem Creator, das war The One and Only. Es tut mir auch ein bisschen im Herzen weh, weil ich finde die Schule wirklich richtig geil. Ich hoffe, es wird nicht so super viel... Oh, äh, ich schmeiß meinen ganzen Schreibtisch um. Äh, super viel Clutter weggenommen. Because I love it. I love the Clutterer Dutch. Okay, ja, ich sehe schon, ähm, dass es ein bisschen weniger Clutterer Dutch ist. Wir müssen natürlich gucken, ob das jetzt mit der Cafeteria dann wieder funktioniert. Aber es scheint gut auszusehen. Ansonsten müssen wir dann da wieder unseren kurzen Prozess machen. Schauen wir mal. Ach, guck an. Eine Armlänge Abstand, bitte. Lucas! Du darfst, äh, eine Fingerlänge Abstand. Spaß. Aber ich habe eben entdeckt, ich weiß nicht, ob ich es im letzten Part schon entdeckt habe, aber ich fand es sehr, sehr süß. Okay, jetzt funktioniert hier gar nichts mehr. Hallo? Also auf jeden Fall haben die, ähm, als Gefühl tiefe Verbundenheit. Annie und Lucas sind durch ein mächtiges Band verbunden, was zu Stärke und Wohlbehagen führt. Und das ist sehr süß. Aber da das jetzt hier alles super buggy ist und wir in den Urlaub fahren wollen, gehen wir jetzt nach Hause und werden uns dann auf den Urlaub vorbereiten. Ich freue mich riesig drauf. Richtig, richtig cool. Ich glaube, Annie und Aura haben sich das auch verdient. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir Lou mitnehmen. Und Olaf kommt natürlich auch mit. Ähm, da freue ich mich wirklich schon richtig, richtig doll drauf. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr schöne kleine Auszeit. Und wir haben ja gesagt, dass Annie sich dann immer mehr so in die Stadt verliebt. Beziehungsweise eben in die extremen Sportarten des Skifahren. Finden sie toll. Snowboard, Klettern und so weiter. Das haben wir ja auch noch nie gemacht. Und ich finde, das passt hervorragend in die Story rein. Vor allem auch im Bezug auf Frozen. Also das ist halt dann einfach mit dem Film, also die Legacy, die wir jetzt quasi spielen, auch super gut passt. Und I love it. Ich habe das Gefühl, in diesem Video sind wir nur im Ladebildschirm. Es tut mir sehr leid. Ich nenne dieses Video einfach dies. Es ist ein wirklich schöner Ladebildschirm. Aura, bist du bereit für den Urlaub? Sieht nicht so aus, denn du bist noch im Nachthemd. Aber das kriegen wir hin. Ich würde sagen, warte mal, können wir den Napf von Oli mitnehmen? Da müssen wir nämlich keinen neuen kaufen. Ich bin einfach die Schlaumaus. Und dann werden wir nämlich jetzt einmal auf Housel gehen. Nee, ist falsch. Da, Urlaub nehmen mit Annie und mit Lou und mit Oli. Perfekt. Und ich habe mich nicht loben lassen. Ich habe mich nicht loben lassen. Und ich habe natürlich eine neue Unterkunft platziert. Weil ich mag das halt, wenn wir da immer neue Unterkünfte entdecken. Ich habe das Hochzeitsgrundstück weggemacht. Weil wir das, also das brauchen wir da oben ja eigentlich nicht mehr. Und habe stattdessen eine wunderbare Hütte aus der Galerie platziert. Snowy Escape House heißt es. Ah, warum kostet das so viel Geld? 1.700 Simoleons. Äh, das war in meiner Jahreskalkulation leider nicht drin. Dann nehmen wir vielleicht doch das hier. Ist ja auch schön. Ne, ist ja auch schön. Weil dann können wir nämlich zwei Tage bleiben. 1.206 Simoleons. Tut mir in der Seele weh. Ich hätte euch gerne die Hütte gezeigt, weil sie ist wirklich sehr, sehr toll. Aber vielleicht liegt sie wirklich ein bisschen außerhalb unseres Budgets. Und vielleicht können wir dann da einfach wann anders nochmal hinfahren. Ah, sad life. Aber wir sind im wunderbaren Mount Komoraby. Und unser wunderbarer Lou ist auch dabei. In der ersten Version des letzten Parts, also die Version, die es leider nie online geschafft hat, habe ich Lou übrigens auch umgestylt. Das habe ich jetzt natürlich beim zweiten Mal nicht gemacht. Ich glaube, dass, obwohl wir haben jetzt Daniel eben schon umgestylt, ne? Aber komm, ein bisschen, also ganz kurz nur. Ganz kurz. So, wir sind nun im Create-Isim. Und wir haben hier unseren wunderbaren Lou. Ihr wisst ja, ich will immer nicht so super viel umstylen, wenn die halt, wenn es so Townies sind, die halt einfach generell eigentlich vom Spiel schon ziemlich cool aussehen. Aber er sieht ja jetzt schon eine Weile sehr gleich aus. Und deswegen würde ich sagen, geben wir ihm mal so ein bisschen was, ne? Ich weiß auch nicht, was mit ihm geschehen ist damals, ne? Dass seine Nase und seine Augen sich so verändert haben. I don't know. Ich möchte auch meinen, dass ich das nicht war. Aber vielleicht ist das auch eine Lüge. Die Frage ist halt jetzt, ob wir ihm so ein Skin drauf machen können oder... Ja, eigentlich schon, ne? Sieht schon nett aus. Dann vielleicht noch so ein paar Lashes. Und die Augenbrauen, das hatten wir ja heute schon. Ganz essentiell wichtig. Guckt's euch an. Guckt's euch nämlich an. So nämlich. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir ihm eine Frisur geben können. Also, als ich ihn das letzte Mal umgestylt habe, habe ich ihm ein Zöpfchen gegeben. Pasob. Welches Zöpfchen war denn das? Da hatte er hinten dann so ein Zöpfchen. Was war... Was war denn das? Hä? Die Frisur war das aber nicht, oder? Nee. Die war es nicht. Können ihm auch diese Frisur geben. Ich finde, das steht ihm ganz hervorragend. Hä? Wenn ich losse, was habe ich ihm denn für eine Frisur gegeben? Ich bin mir sehr sicher, dass er einen Zopf hatte. Ach, die hier. Die habe ich ihm gegeben. Weiß ich jetzt nicht, ob ihr die absolut Kacke findet. Wahrscheinlich, ne? Sieht halt jetzt nicht mehr so aus wie Lou. Beim zweiten Mal finde ich es jetzt auch Kacke. Okay, vielleicht darf er seine Frisur behalten. Und wir geben ihm nur ein neues Oberteil vielleicht. So ein bisschen was, so ein bisschen, ein bisschen Erwachseneres. Vielleicht sowas. Guck mal. Das ist absolut Erwachsen. Das schreit, ich bin Lou und ich habe mein Leben im Griff. Und jetzt vielleicht noch eine Hose, die so ein bisschen weniger zerrissen ist. Vielleicht, guck mal, kann auch ruhig so ein Tarnmuster haben. Ja, komm. Das ist ja sein Stil. Aber ich finde, es sieht so ein bisschen adretter aus. Oh mein Gott, es sieht richtig geil aus. Dafür behalten. Ja, also eigentlich ist mir das auch, also finde ich das auch super. Ach, der Skin ist ja schön. Wow, I love it. Okay, bei der Hose. Sei ruhig. Sei ruhig oder ich gebe dich zur Adoption frei. Wir geben ihm vielleicht dann mal so eine Hose. Und vielleicht ein paar andere Schuhe. Ich weiß, das ist alles extra so gemacht, weil er ein Werwolf ist. Aber wir sagen einfach, er hat sein Leben jetzt besser unter Kontrolle. Okay? Guck mal, hier so ein T-Shirt vielleicht. Guck mal, es sieht auch schon richtig toll aus. Lou, Mensch. Hier kriegst du jetzt auch noch eine andere Buchs. Ja, toll. Guck. Lou, du bist einfach immer noch du. Okay, wir gehen jetzt wieder ins Gameplay rein. Und vergessen den Witz, den ich gerade gemacht habe. So, hier sehen wir also nun. Nun, wir gehen natürlich jetzt erstmal zu unserem Dad und sagen, hey, schön, dass du mitgekommen bist. Wir werden ihn einmal umarmen. Hallo, Daddy. Ich freue mich, dass du da bist. So, das ist also unsere Unterkunft. Das ist genau die gleiche Unterkunft, wo wir damals mit der Family auch waren. Als Henry gestorben ist. Und Aura sieht Ella ja sowieso so ähnlich und deswegen ist es so dramatisch. Aber es ist auch ein bisschen süß. Okay, ich würde sagen, vielleicht kann Aura ja mal eine Runde mit Olaf spazieren gehen. Einen mittleren Spaziergang. Und währenddessen kann Annie dann eine Runde mit ihrem Dad auf die Piste gehen. Ich denke, das ist was, was die beiden verbindet so ein bisschen. Weil ich habe das Gefühl, er ist halt auch so ein Abenteuerboy. Deswegen, wir gehen aber erstmal auf die leichte Abfahrt und fahren Snowboard. Fortlaufend. Erstmal niedrige Intensität, weil wir wollen ja nicht sterben, ne? Können wir Lou vielleicht zu unserer Gruppe hinzufügen? Zusammen niedrige Intensität. Let's go. I love it. Wait. Leute. Oh, eine schwangere Frau. Wait. Das ist seine Ehefrau. Und sie ist schwanger. Und sie ist hier. Und wahrscheinlich fuchsteufelswild, weil ihr Ehemann mit seiner Ex-Flamme in den Urlaub gefahren ist. Das gibt Ärger. Ärger. Oh mein Gott. Aber die sind jetzt auch hier ein bisschen romantisch. Also Leute, ich weiß nicht, ob es nochmal eine Zukunft von Lou und... Oh mein Gott. Er stirbt. Ähm, Lou, bitte geh, zieh, also tu einfach irgendwas, damit du nicht stirbst. Bitte. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Zieh dir eine Jacke an. Dankeschön. Ich hab grad überlegt, ich würde Annie voll gerne so ein cooles Snowboard-Outfit noch geben. War ich auch einfach. Wir hatten noch nicht genug Creative Sim für heute. Das ist ja voll cool aber auch, wenn sie dann so ein Snowboard-Outfit hat. I love it. Kriegt sie so ein Ganzkörper-Outfit? Weil das find ich schon sehr geil. Ich glaub, dat is es, Leute. Das ist einfach nur geil. Und dann kriegt sie dazu so ein paar Schnee-Boots. Oh, großartig. So. Und ein Mützchen vielleicht noch. Wenn das mit den Haaren passt. Süß. Aber die Mütze regt mich irgendwie auf, weil die nicht über den Ohren ist. Dann werden die Hörchen ja ganz galt. Aber das ist halt bei allen Mützen irgendwie so, ne? Aber ich glaub, die find ich noch cooler. Dann die. Oh mein Gott, Annie, siehst du süß aus. Und vielleicht noch ein paar Handschuhe. Wenn das geht, kann sein, dass es mit den Wimpern clasht. Gucken wir mal. Sieht gut aus. Okay, Annie ist ready für die Piste. Wie geil sieht sie bitte aus. Ich liebe es. Annie, bitte schmeißen Sie sich in ihr Ski-Outfit. Show us. Oh mein Gott, großartig. Guck mal, ihr gefällt's auch. Guck mal, wie sie post. Und der Mann da hinten denkt sich so, oh mein Gott, diese Frau ist so schön. Ich bin absolut geblendet. So, jetzt aber auf die Piste. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich freu mich ganz toll. Annie hat sich einen Snowboard in der Hütte gesehen. Ah ja, stimmt. Man kann sich auch welche kaufen. Es ist nicht besonders hochwertig und bietet kein gutes Fahrgefühl. Kaufer und Verkaufsautomaten allerlei ein neues Snowboard für sie, um den Komfort bei der Abfahrt zu erhöhen. Aber guckt sie euch an, wie cool sie aussieht. Ich liebe es. Großartig. Okay, das ist also ihre erste Snowboard-Abfahrt. Wir bewegen uns langsam, aber sicher den Hügel hinunter. Und ich bin zu langsam als Kamerafrau. Es tut mir sehr leid. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Also ich würde sagen, sie ist ein Naturtalent. Annie, du bist einfach eine Granate. So, ihr seid spazierende, oder? Ihr wollt spazieren gehen. Hast du deine Draußenkleidung an? Yes, hat sie. Oh! Ja! Snowboard ist einfach abgefahren. Seht ihr? Oh mein Gott. Das Spiel will einfach genau das spielen, was wir auch spielen wollen. Sie darf natürlich unbedingt gerne Snowboard lieben. Und sie hat jetzt die Snowboard-Fähigkeit erworben. Ich wusste gar nicht, dass es eine... Separat... Also ich wusste es wahrscheinlich schon. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass es eine Snowboard-Fähigkeit gibt. Also eine separate. Sie hat ein neues Hobby für sich entdeckt. Snowboarden. Sie kann je nach gewünschter Intensität Anfängerläufe auf dem Übungshang oder leichte Abfahrten in Angriff nehmen. Baue diese Fähigkeit weiter aus, um anspruchsvollere Pisten, coolere Tricks und neue Ausrüstung freizuschalten. Mega cool. Ich lieb's. Ist Lou denn jetzt auch hier mit auf der Piste? Ich habe ihn jetzt... Oh, kommt er da? Oh ja, da ist Lou auf der Piste. Warte, ich muss ihn mal ganz kurz nah angucken, wie cool er dabei aussieht. Er sieht natürlich nicht ganz so cool aus wie wir, weil er kein Schnee-Outfit anhat. Aber trotzdem, also ist trotzdem cool. Also so sechs vor zehn, würde ich sagen. Oh mein Gott, das ist so toll. Ich liebe Mount Kamorady. Also ich habe auch richtig Bock, hier zu spielen. Okay, Olaf hat anscheinend keine Lust auf Spazierengehen. Das ist absolut okay. Kann ich auch nachvollziehen. Wir stellen ihn mal... Och, wir haben Raul auch mit in den Urlaub genommen. Wie schön. Da steht noch der Weihnachtsbaum, den wir da hingestellt haben. Das ist so traurig. Das ist so unfassbar traurig. Aber wir stellen jetzt einmal hier so Futter-Näpfchen, damit Oli dann auch was essen kann. Und dann werden wir jetzt einmal hier zu Hannah gehen und werden uns einmal bei ihr freundlich vorstellen und werden dann aber ein bisschen provozieren, weil ich will, dass sie sich nicht verstehen. Oh mein Gott, Ora, du bist aber auch zu nett. Aber sie beschwert sich direkt über etwas. Oh Gott, jetzt verstehen sie sich auch noch so gut. Ach, hör doch auf, ey. Aber ich meine, ein bisschen süß ist es auch, ne? Och, Dirk. Ich finde Elena Alvarado echt süß. Also ihr wisst ja, eigentlich bin ich mit der Familie Alvarado. Also, aber ich glaube, das ist ja die, die wir gesehen haben, oder? Und die gehörte nicht zu Marco, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen, let's do it. Tu es. Sag zu. Ich hab mir jetzt gerade, also wie gesagt, ich wollte ein bisschen Stich hin zwischen Hannah und Ora. Aber wir können jetzt eigentlich ja auch eine süße Co-Parenting-Story draus machen. Dass sie sich alle gut miteinander verstehen. Dass es halt immer ein bisschen schwierig war. Und ich glaube, Hannah ist sich halt auch noch nicht ganz so sicher. Aber sie merkt eben jetzt auch, dass Ora eine sehr, sehr nette Frau ist. Und ja, sie auch nur das Beste für Lous' Familie möchte. Ey, ey, aber mein Hund wird nicht angeschrien. Reißen Sie sich bitte am Riemen, Frau. Aber seht ihr, sie macht auch die ganze Zeit immer so positive Sachen mit ihr. Och Gott, die verstehen sich doch. Okay, na gut. Ach, süß. Tja, was soll ich, also jetzt kann ich ja gar nicht anders, ne? Und das Lichterfest beginnt jetzt tatsächlich auch heute, wo wir hier sind. Das ist ja schön. Dann werden wir mit ihr jetzt einfach mal so ein bisschen tiefgründige Gedanken teilen. Wir reden mal mit ihr über die Ängste, die wir eben in der Vergangenheit hatten und immer noch haben um Annie und weswegen das alles so kompliziert war mit Lou und so weiter. Sie ist ein bisschen angespannt, weil ihre Prüfung nicht so gut war. Aber deswegen sind wir ja jetzt hier, um uns ein bisschen abzulenken. Ein bisschen eine gute Zeit mit unserer Family zu verbringen. Und vor allem auch mit unserem Dad. Und ja, die zwei Mädels können sich dann hier zu Hause mal ein bisschen austauschen. Finde ich irgendwie sehr, sehr süß. Also die haben ja echt süße Interaktionen. Ach so, jetzt will sie schon gehen. Nee, nee, du darfst bleiben. Wie wäre es denn, wenn du noch mit uns zu Abend isst? Also du kannst gerne, du bist herzlich dazu eingeladen. Können wir das hier essen? Das finde ich nämlich richtig toll. Ach nee, das ist nicht das hier essen. Das ist der Tisch. Ich dachte, hier gibt es diesen Pott. Ich habe vergessen, wie es heißt. Also ich meinte dieses traditionelle asiatische, also dieses Hotpot-Ding halt. Nina schafft es mal wieder großartig, sich auszudrücken. Aber ich weiß halt nicht, als was das klassifiziert wird. Da ist es. Ein Feuertopf. Dann können wir das nämlich dann einmal zubereiten. Wir machen das Teuerste zur Feier des Tages und rufen dann die anderen natürlich auf von der Piste. Und Sebastian scheint in der Nähe zu sein. Dann rufen wir ihn natürlich auch dazu. Ganz klar, ist ja voll süß. Und dann können wir zusammen zu Abend essen. Oh, sie freut sich, weil es hier schön warm ist. Süß. Oh, guck mal, Uli schläft da im Hintergrund. Ist das schön. Ich mag das voll, voll gerne. Auch mit diesem Tisch finde ich richtig toll. Weil ich finde, das sieht richtig gemütlich aus. Ich würde voll gerne mal so essen. Weil ich esse auch voll gerne am Couch-Tisch. Deswegen wäre das, glaube ich, genau mein Ding. Sebastian, willst du mal zu uns kommen? Lu, ich weiß jetzt nicht. Also hast du, willst du, also du kannst doch einfach sagen, wenn du keine Lust hast, Zeit mit uns zu verbringen. Du musst dich nicht gleich in den Tod stürzen hier nach draußen. Naja, Annie, bist du jetzt auch draußen? Nee. Ah, die haben voll die gute Zeit. Das ist richtig süß. Wir tauschen uns auch mal nochmal mit Hannah über das Baby aus. Hier gab es irgendwelche Sticheleien, aber das ist ja auch okay. Dann werden wir mit unserem Dad nochmal über den Tag auf der Piste reden. Wir werden ihn mal versuchen zu trösten, was auch immer er hat. Ach so, er ist paranoid, glaube ich. Deswegen geht es ihm gerade ein bisschen schlecht und dann werden wir ihm noch einen Witz erzählen. Oh, ist das schön. Oh ja, es hat hier gerade eine andere Story entworfen. Side Eye. Side Eye. Bombastic Side Eye. Ich drücke einfach Let's Go. Also, ich mache hier nichts. Oh, Familie, dann habe ich Spaß, Vögel. Das finde ich sehr, sehr süß, weil so sehe ich die beiden auch. Ich glaube nicht, dass es jetzt Sinn machen würde, wenn Lou direkt so auf richtige Vaterrolle machen würde und ihr Sachen vorschreiben würde und so weiter. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Ich mache jetzt gar nichts. Ich mache nichts. Sie erzählt uns jetzt einen Witz anscheinend. Wir blödeln mit ihr rum. Ei, ei, ei. Ah, okay, ist passiert. Ach, du heiliger Strohsack. Oh mein Gott, Hannah, es tut mir so leid. Also, wir haben kein Negativgefühl mit ihr. Sie ist einfach sauer auf ihren Mann. Also, vielleicht... Oh mein Gott. Was passiert hier? Hat krasse Szene erlebt, weil öffentliche Liebesbekundungen gesehen hat. R. Pini hat gesehen, wie sich zwei Sims in der Öffentlichkeit übereinander... Was? Übereinander hergemacht haben. Gibt es denn gar keinen Anstand mehr? Wo kommt das denn her? Oh mein Gott. Oh Gott. Es ging eindeutig von Aura aus, aber wir könnten ja sagen, dass Lu das initiiert hat. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir gehen jetzt mal zu Hannah. Warte, stopp. Intimitäten in der Öffentlichkeit tadeln. Also, Aura, ich weiß nicht, ob du was falsch verstanden hast, aber du hast gerade mit ihrem Mann geflirtet. Wir reden mal mit ihr über ihre wütende Stimmung und sagen so, hey, ich kann es voll verstehen, dass sie jetzt mega abgefuckt ist. Wir haben einfach so über alte Zeiten uns lustig gemacht. Weißt du, es tut mir leid. Wir schlafen hier dann mit unserer Mom, deswegen kann Aura da dann schon mal hingehen. Hannah ist super sauer und sie zischt jetzt ab. Ja, sie geht nach Haus. Die Arme, ey. Sie geht jetzt im Schneesturm nach Haus. Das muss man sich auch mal überlegen. Hochschwanger. Ei, ei, ei. Und sie ist hoch zu Lu gegangen und hat da geschlafen. Okay, Lu schläft da nicht mehr, aber er hat da geschlafen. Aber ich möchte, dass Aura und Annie im gleichen Bett schlafen. Ist Lu ihr jetzt nachgerannt oder wo ist er? Nee, er war nur auf Toilette. Ei, 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 ei. So viel Drama hier. Damit kann ich doch nicht umgehen. Okay, Lu ist nochmal abgedampft. Irgendwie. Nee, jetzt ist er wieder da. Oh Gott, im Himmel. Jetzt ist er doch nochmal gegangen. Okay. Er ist anscheinend doch nochmal zu Hannah nach Hause gedüst. Um die Sache zu klären. Aber keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Und wie ich das deuten soll. Also, ich will nochmal betonen, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ich habe das nicht gedrückt oder irgendwas. Das hat das Spiel komplett selber generiert. Also, euch bleibt da komplett Interpretationsspielraum. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Was das zu bedeuten hatte. Und wie wir damit umgehen sollen. Wie gesagt, ich wollte jetzt eine super süße Co-Parenting-Story machen. Ja, dann hat Aura aber wieder eine andere Idee. Also, manchmal weiß man da auch nicht, wie der Hase läuft, ne? Aber ich hoffe sehr, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich würde ihn dann an dieser Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir dann noch einen Tag hier in Montgomery Maybe verbringen. Und ja, dann sind wir auch schon fast im Finale. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Und wie Annies Geschichte weiterführen wird. Schreibt mir gerne noch eure Ideen, die ihr jetzt noch für Aura habt, in die Kommentare. Die wir jetzt noch unbedingt in dieser Legacy umsetzen müssen. Und ansonsten heißt es dann bald Time to Say Goodbye. Und jetzt heißt es für mich Time to Say Goodbye. Ich hoffe sehr, dass euch der Part gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen wunderbaren, wunderbaren Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi. Mua. 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 Mua.